So Leute, wie viele von euch bestimmt wissen, ist ein bestimmter Wahlmal eben Bitcoin im Wert von mehreren Milliarden Dollar dos geworden. Genau deshalb werden wir uns auch gleich darüber unterhalten, dann noch über ein paar schöne kurzfristige Gelegenheiten, was ich vom Markt erwarte und ein paar Trading-Möglichkeiten. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. So, dann lasst uns auch direkt mal starten. Zunächst mal auf dem 4-Stunden-Chart und was wir hier gesehen haben, war, dass wir eine gewisse Schwäche gehabt haben. Wir sind bis zur orangenen Box gegangen, sind nach unten gegangen, wo wir Unterstützung gefunden haben, aber schaut euch das mal an. Wir haben es nicht einmal geschafft, wieder bis zu diesem Punkt zu kommen und darüber zu brechen. Stattdessen haben wir ein lauer High gemacht und jetzt gerade finden wir wieder Unterstützung bei meiner orangenen Box. Genau deshalb sage ich euch auch die ganze Zeit, dass wir einen ziemlich unruhigen Markt haben werden. Wir werden große Pumps haben, ja, aber dann werden wir wieder seitwärts gehen. Wir werden diese große Swings nach oben und nach unten haben und zwischen diesen Swings, da werden wir in der Lage dazu sein, eine ganze Menge Gewinn zu machen. Ich habe über diese Strategie schon früher gesprochen und genau deshalb habe ich auch, als ich diesen Swing hier gesehen habe, dass dieser Swing eben nicht das vorherige Hoch erreicht hat und anfing nach unten zu gehen, da bin ich mal eben in eine kleine schnelle Short eingestiegen. Hier der Einstiegspreis lag bei 23.500 Dollar und die Sache ist, wir befinden uns momentan an einer massiven Unterstützung. Deshalb, ja, ich werde jetzt einfach mal die Gewinne mitnehmen. Ich werde diesen Trade mit 34% im Gewinn schließen und finde ich gut so. Also, ich nehme diesen Gewinn mit, das ist ein kleiner Gewinn, kleiner schöner Trade, einfach nur, ich wollte einfach nur diese Volatilität ein bisschen für mich ausnutzen. Und das Ding ist, jedes Mal, wenn ich jetzt in einen ähnlichen Trade eingehe, da werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten und ich werde auch einen Telegram-Ankündigungskanal einrichten, in dem ich alle meine Entries, alle meine Trades und alles, was ich mache, posten werde. Also Leute, ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen. So, jetzt lasst uns mal weitermachen und wie ihr wisst, hatten wir auf dem 4-Stunden-Shirt diesen nach oben gerichteten Kanal, wo wir natürlich auch eine ganze Menge Gelegenheiten hatten, innerhalb dieses Kanals zu traden. Wenn man allerdings mal ein bisschen zurückgeht, kann man auch sehen, dass wir hier so eine Art abwärtsgerichteten Kanal machen. Das bedeutet, wir müssen mal schauen, ob, oder man könnte das natürlich auch eintheoretisch so machen. Trotzdem, wir müssen jetzt einfach mal schauen, wohin uns das Ganze führen wird. Wie es momentan aussieht, bilden wir hier so eine kleine Abwärtsstruktur. Trotzdem, wir haben natürlich noch hier unten massive Unterstützung, worauf wir natürlich auch achten werden. Sollten wir allerdings tatsächlich unter dieses Level fallen, also sollten wir da drunter fallen und dann ungefähr so das Ganze von unten wieder testen, dann werde ich höchstwahrscheinlich, ja, dann werde ich höchstwahrscheinlich wieder eine kleine Short-Position einnehmen, in der Erwartung, dass wir wieder unten bis zum 20.000-Dollar-Level fallen. Das ist also die Art von Volatilität, über die ich in letzter Zeit gesprochen habe. Und klar, sollten wir jetzt nicht nach unten gehen, sondern nach oben, dann werde ich vielleicht einen neuen Versuch wagen mit einer kleinen Short-Term-Shirt und sollten wir dieses Level überwinden, dann werde ich natürlich einen engen Stop-Loss setzen und den Stop hier oben packen. Sollten wir darüber kommen, darüber konsolidieren, dann rechne ich mit einem Anstieg bis auf 26.500 Dollar. Ich verwende ganz einfach diese Unterstützungs- und Widerstands-Level. Das ist die Art und Weise, wie ich gerne von einem Risikoertragsverhältnis trade und normalerweise hat das in der Vergangenheit immer ziemlich gut funktioniert. Trotzdem, wie ich bereits gesagt habe, ich werde natürlich in Zukunft weiter darüber sprechen, damit ihr alles sehen könnt. Und selbstverständlich, falls ihr auch traden möchtet, dann könnt ihr bis zu 4.500 Dollar als Trading-Bonus auf Femex bekommen. So, erinnert ihr euch noch daran, dass ich damals gesagt habe, dass der 200er-Wochendurchschnitt extrem wichtig ist und als wir kurzfristig darüber getradet haben, habe ich gesagt, dass wir noch ein paar Tage Zeit haben in dieser Woche und dass es natürlich durchaus möglich ist, dass wir noch einmal unter dieses Level fallen und darunter schließen. Im Grunde genommen ist das jetzt genau das, was wir gerade sehen. Der Körper der Kerze ist beim 200er-Wochendurchschnitt und das war einfach ein riesiger Widerstand für uns. Deshalb, ich würde sagen, wir warten einfach mal darauf, wo diese Kerze schließen wird. Das letzte Mal, als wir das mit einem Week getroffen haben, sind wir nach unten gegangen und wenn wir zumindest mal den Körper der Kerze so schließen könnten, dann würde ich erwarten, dass wir in den nächsten Wochen vielleicht genug Momentum haben, um tatsächlich überzeugend darüber auszubrechen, damit wir dann auch mit Bitcoin eine weitere Aufwärtsbewegung fortsetzen können. So ganz allgemein erwarte ich jetzt trotzdem erst einmal seitwärts gerichtete Bewegung mit einem ganz leichten Abwärtstrend. So, jetzt kommen wir mal zu den traditionellen Märkten, wo wir am Ende eine ziemlich heftige rote Kerze gehabt haben. Wir behalten also das Ganze im Auge und selbstverständlich beobachten wir auch Ethereum. In meinem gestrigen Video habe ich ja über diesen Ethereum-Trade gesprochen, dass wir einen kleinen Pump sehen könnten, wenn wir über dieses Level durchbrechen. Haben wir dann auch gesehen, aber wir haben dann auch mein erstes Ziel bei 1.653 Dollar abgearbeitet. Wir haben es nicht einmal geschafft, über dieses Level zu brechen. Also, wie gesagt, wir haben es nicht einmal geschafft, über dieses Level zu brechen. Wir wurden direkt am ersten Widerstand hier abgewiesen. So, jetzt lasst uns mal über diesen Wahl sprechen. Der große Wahl, unser Lieblingswahl, um ehrlich zu sein, der hat alle seine Bitcoin zu diesem Zeitpunkt an eine neue Adresse transferiert. Was man nämlich hier sehen kann, ist, dass der Betrag in dieser neuen Adresse 132.000 Bitcoin beträgt. Und jetzt kommt, das ist derselbe Betrag, die dieser Wahl transferiert hat. Jetzt stellt sich die Frage, warum überträgt dieser Wahl all diese Bitcoin an eine neue Adresse? Und da können wir natürlich nur spekulieren, weil wir den Wahl nicht kennen. Aber trotzdem, für die Leute, die jetzt ängstlich sind, weil sie denken, dass dieser Wahl alle Bitcoin verkauft hat, weil ihr diese Adresse verfolgt habt. Leute, ich kann euch beruhigen, das ist nicht der Fall. Das ist einfach nur ein Transfer zu einer anderen Wallet. Deshalb, ihr solltet euch auf jeden Fall dessen bewusst sein. Zu guter Letzt will ich jetzt noch über Citibank sprechen, die rausgekommen sind und gesagt haben, dass wir höchstwahrscheinlich jetzt das Schlimmste mit diesen ganzen Domino-Effekten von Luna, Celsius, Blockfall und so weiter gesehen haben. Und eventuell werden wir also in der Zukunft keine größeren Auswirkungen mehr von dieser ganzen Situation sehen, wie wir das in den letzten paar Wochen gesehen haben. Der Staked Ethereum Discount wird jetzt auch langsam, aber sicher immer kleiner. Ich meine, klar, wenn die Leute super viel Angst haben, haben wir natürlich auch eine höhere Diskrepanz zwischen Staked Ethereum und Ethereum, weil die Leute wollen einfach raus aus ihrer Position, egal ob sie dabei ein bisschen Geld verlieren oder nicht. Einfach raus und das nehmen sie dann einfach in Kauf. Außerdem, was wir auch sehen können, ist, dass die Stablecoin-Outflows nicht mehr in diesem gewissen Maße stattfinden, wie wir das in der letzten Zeit gesehen haben. Die Leute ziehen keine echten Stablecoins mehr in echte Fiat-Dollar raus oder nicht mehr so viele. Stattdessen sieht man, dass die Stablecoins immer noch im Markt sind und einfach nur auf eine super Gelegenheit warten, um grundsätzlich noch mehr Krypto kaufen zu können. Das ist auch schon das, was ich für dieses Video rausgesucht habe. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Falls ja, lasst unbedingt einen Kommentar da, teilt das Video mit euren Freunden und vergesst auch nicht, auf den Button mit dem Daumen zu drücken. In diesem Sinne, achso, nicht nur mit dem Daumen, sondern mit dem Daumen nach oben am besten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann im nächsten Video.